Der Test, Test, das lateinische Wort Test, das sagt der Test Udo, Testis heißt zuerst einmal Zeuge, ein Zeuge sein, da kommt das Testament hin, jemand der etwas bezeugt, kommt im Urlateinischen von Tridrestis, das heißt als Dritter dabei stehend, so steht es im großen langen Scheiß Latein, das heißt der Dritte ist er, grammatikalisch er, rotes großes er, wo ich immer schreibe, der erwachte, als Dritter dabei steht, der zuschaut, wie es bei sich streut, das ist der Zeuge, der wertfreie, neutrale Zeuge, der aus einer höheren Position, das beobachtet, das ist Test, darum ist auch das Wort Testillen, wenn ich immer sage, ich nenne es jetzt einmal Testillen, das ist Test, die Test sind die Hoden, das Tickel, wenn der Arzt das, das sind die R-Ehrzeuger, der erwachte, erzeugt, ein wacher Geist erzeugt bewusst seine Gedanken, der weiß, was er denkt und warum er das denkt. Ja. 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 Ja.